Es ist Dienstag und somit eine neue Woche in der Division 2. Was diese Woche drinnen ist, alles in diesem Video. Ein Hallo von mir, herzlich willkommen, mein Name ist Charles und ich begrüße dich zurück zu einem Video in der Division 2. Wie schon gesagt, es ist Dienstag und die Anti-Liga hat begonnen. Was ist in der Anti-Liga drinnen? Wir haben Jefferson Plaza auf Schwer, DC, die Hauptquartier auf Schwer, Hotel Grand Washington auf Schwer und Space Administration HQ auf Herausfordernd. Dazu haben wir True Suns Kopfschuss-Skills und Black Tusk gestört. Ja, also hier haben wir dann was, was mir nicht so gefällt, Kopfschüsse. Vor allem Kopfschuss-Skills und wir müssen stören. Na, also hier könnt ihr mit Fertigkeiten stören. Das ist dann weniger das Problem zu stören, aber die Kopfschuss-Skills, naja, nicht so meins. Was gibt es in der Anti-Liga? Wir haben den Aufnäher als allererstes. Und diese Gatze, naja, mit der Gatze, dann ein paar Behälter, wie immer. Und am Ende eine Trophäe, und zwar hier haben wir eine Patrone. Hatten wir die nicht schon mal? Okay, strange, ich dachte wir hatten schon mal sowas. Oder vielleicht mit mehreren. Auf jeden Fall eine Patrone am Ende. Wie immer, wenn ihr die nicht fertig bekommt in der Woche 1, habt ihr zwei Wochen Zeit. Na, also das ändert sich nicht. Warum wiederhole ich das immer wieder? Naja, wir haben auch neue Spieler in diesem Spiel. Ja, also deswegen immer auch die Wiederholung. Wenn ihr es in einer Woche nicht schafft, zweite Woche habt ihr dann, könnt ihr es auch machen. Macht sie sowieso, wegen den EP. Es gibt eigentlich sehr gute EP, wenn ihr alles macht. Das sind dann 749.000 extra, wenn ihr alle fertig habt. Na, es ist immer gut auch, um ein bisschen SHD vielleicht zu machen und so weiter. Was könnt ihr sonst noch machen die Woche? Die Fahndung, die bleibt sowieso aktiv. Bei mir ist sie schon abgeschlossen. Wenn ich sie zurücksetze, kann ich sie von vorne spielen, wenn ihr sie zurücksetzt. Aber daran denken, ihr müsst alles neu machen. Ihr könnt also nicht nur jetzt Dovepipe oder nur Anti zurücksetzen. Wenn ihr zurücksetzt, dann alles. Ja, also hier aufpassen. Ich werde heute Abend streamen auf YouTube. Also wer Lust hat, heute geht es mit einem Livestream los auf YouTube wieder einmal. Ja, wie versprochen. Das heißt, nicht vergessen am Abend einzuschalten. Ich werde, denke ich wohl, meine Fahndung zurücksetzen. Ja, ich habe Bock drauf. Möchte das Ding spielen. Wie geht es weiter in der Season selbst? Naja, viel haben wir nicht mehr über. Wir haben jetzt noch diese zwei Wochen, diese Anti-Liga. Und in einer Woche die goldene Kugel und dann ist es eigentlich vorbei. Also zwei Wochen und die Liga ist durch. Beziehungsweise die Season 11 ist durch. Und wir warten auf Jahr 5, Season 1. Wird die gleich sein? Nein. Ich denke ein, beziehungsweise zwei Wochen später. Ich denke wohl eher zwei Wochen. Sollte es eine Woche sein, freue ich mich. Aber es kommt. Also geduldig sein. Wir sind am Weg dorthin zu Jahr 5. Also ich bin gespannt. Sonst haben wir nichts. Es sieht hier ziemlich aus. Story-technisch. Aber ja, ich hoffe mal, ich kriege es wieder aufgebaut. Somit, kurzes Video. Unter drei Minuten. Ich habe mich beeilt. Somit trotzdem, Kommentare, Like, Abo, wie immer gerne gesehen. Und somit ein Tschüss von mir. Wir sehen uns am Abend. Bis dann. Charlie, da ist noch jemand. Was? Ich habe bis zum Ende geguckt. Es ist noch mehr. Was mache ich jetzt? Ja, dann sage ich Ihnen das mit den zwei Videos. Die Videos hier, okay. Und das Abo hier unten. Und die Glocke nicht vergessen zu drücken. Ja, und die Glocke nicht vergessen zu drücken. Ja, habe ich. Habe ich gesagt. Habe ich. Untertitelung des ZDF, 2020